Naja, naja. Es ist gut. Ich bin nervös jetzt. Weil mal das Auto durch parkiert habe und ich sollte... Nein, ich parkiere immer falsch. Ja, ich parkiere immer falsch. Ich bin ja eigentlich einer der immer falsch parkiert. Ja, das macht. Jetzt wegen der Barock-Sendung möchte ich mal einfach fragen was das so soll. Also man kann gar nicht kennen gehen, weil es etwas Gutes ist. Aha, mir etwas Schlechtes wahrscheinlich. Ja, er kennt einfach diese Sendung nicht. Das finde ich schade, weil... Im Grunde habe ich ihm schon hundertmal gesagt, er soll doch diese Sendung mal anschauen, oder? Weil ich meine, sie ist interessant und... Was hundertmal? Einmal hast du es gesagt? Nein, das sage ich immer. Immer sage ich das zu dir. Einmal hast du es gesagt? Nein, nein. Aber eben wegen dem Parkieren. Parkieren die da einfach so im Zug umeinander und so, oder? Oder ich habe jetzt mein Auto gerade vor Türen hingestellt, das möchte ich wissen. Hm. 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 Ja, wer zahlt? Ja, wer zahlt? Ja. Ja, oder? Ja, sonst müsste ich jetzt nämlich rausgehen und mal Stutz narieren, oder? Nämlich. Weil ich kann doch einfach nicht leisten solche Zeug. Ja. Ja. Das ist jetzt mal 20 Franken, oder? Mhm. Weisst du? Ja, das ist es. Hä? Das ist es. Ja, jetzt kann ich es mit euch ab? Ja, wenn euch ist es mit euch ab? Ja. Ja. Ja.